moin hier ist der bitcoin beobachter wieder und heute geht es ein bisschen aufwärts also trotz januar flaute kann man sagen geht es doch durchaus auch wieder nach oben zwischendurch man sollte jetzt wahrscheinlich nicht allzu viele höhenflüge erwarten aber man weiß ja nie es gibt immer mal so überraschungen bitcoin universum und jetzt haben wir 42.609 dollar als preis für den bitcoin in euro sind das 37.621 ja das sind gut 1000 dollar mehr als gestern laut der tabelle die ich hier von btcecho.de vorliegen habe sind das vier prozent plus auf die woche allerdings noch 11,1 prozent im minus und auf den monat gerechnet fast 16 prozent im minus also zurzeit nicht so ganz so berauschend alles aber ich finde solange der bitcoin nicht unter 40.000 dollar rutscht oder dieses nur kurzfristig tut glaube ich ist es wirklich sehr gut noch denn wir hatten vor mehr als zwölf monaten war der bitcoin preis weit unter 40.000 also jetzt weit zurück da weiß ich nicht mehr alles genau aus dem kopf deswegen gucken wir wieder nach vorne natürlich gab es zwischenzeitlich 60.000 und mehr da ist 40.000 oder 42.000 ein bisschen mager aber ich denke das sind gute zeiten nachzukaufen es gibt jetzt auch nicht wirklich viele news ich habe gelesen in el salvador möchte man weiter da gibt so richtig eine bitcoin stadt oder so also naja wahrscheinlich so eine art gebäudekomplex oder was auch immer die da haben mit servern zum bitcoin meinen und die energie soll aus einem vulkan durch aufsteigende wärme gewonnen werden also eine recht saubere sache und auch anderswo ist man bemüht wege zu finden wie kann man den bitcoin sauberer generieren leider aber gibt es auch immer noch da viele viele die da irgendwo verpulvern selbst in amerika hat man irgendwie alte gaskraftwerke etc die eigentlich schon ausgemustert waren für den bitcoin wieder angeschmissen das ist vielleicht nicht so erfreulich aber aus der not heraus geboren denke ich weil in china ging es ja mit der mining mit der hash rate also mit der mining power abwärts und deswegen sind viele miner abgewandert und da muss man dann auf die schnelle erst mal irgendwas an energie nehmen aber ich glaube da wird sich noch einiges tun und ja das soll es für heute erst mal gewesen sein ich hoffe morgen geht es noch wieder ein bisschen aufwärts aber ja was genau passiert wir werden sehen ich werde es weiter beobachten einen schönen abend wünsche ich noch auf wiedersehen bis zu meinem nächsten video